Yo, Leute, was geht? Fang ich mal und Ending am Start, hier in Division. Letzte Party beginnen! Wir haben das Feuerwerk. Ok, ich check mich da mal raus. Oh, da hat man keine Deckung. Ah, von da habe ich Deckung. Servus. So, ich markiere das. GTF-Verstärkung angefordert. Warnung! Warnung! Feindkräfte nähert sich. Ok, ich bleibe um. Warnung! Feindkräfte nähert sich. Ist doch der Schiss schon vorbei. Na, so einfach so nicht. Hallo! Streckfeuchte wurde entdeckt, wurde entdeckt. Ich erledige Sachen. Oh, das Nachladen ist aber auch bei einem MG ein Wahnsinn. Oh, runter geht der. Hast du so ein 100 Schuss? Ja. Ja, das ist ein Wahnsinn. Wie viele Schuss hast du da? 100. Ah ja, nein, ich habe schon 131. Tut was Leute! Jetzt geht los! Nichts jetzt hier weg! Gleich hauen wir ihm. Was ist diese Bastarde? Tut was Leute! Komm, sao? Wann? Was ist hinter dir? Warnung! 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 Mehr mehr auf den nicht mehr als ich! Dafür hast du ja einen Back-up! Warnung! Sprengvorrichtung vor dem Lechtdekt! Oh, das ist jetzt woanders, gell? Nein. Oh! Nein! Einer von ihrem Team ist getroffen und braucht Unterstützung. I'm down. Ich kann da jetzt nicht draufwerfen. Weil ich schon runterfallen kann. Eins. Zwei. Kann ich da auch runter? Nein, über den Feuchtbund kann ich nicht. Nein, da kann ich nicht. Ich kann da nicht runter. Weil ich gib auf. Schau auf, gar nicht. Und guck, bei dem einen Vorsprung ist man runtergekommen, bei dem anderen nimmer. Oh, was für ein Spaß ist das jetzt. Coming. Ich will das jetzt noch nicht an euch. Ja, 100 Schuss und mit dem letzten Victor. Oh, wie für Feindkräfte kommen da bitte? Das ist das dritte Mal jetzt schon, oder? Oh, my God. Was ist das? Ich weiß nicht, dass ich gar nichts sehe. Ich weiß nicht, dass ich gar nichts sehe. Ja. Links! Ich würde da nicht mehr rein, sondern nicht mehr rausgehen. Geh ins Haus rein, bitte. Und wie soll ich das ins Haus rein? Wie soll ich ins Haus rein gehen? Ah, da! Zurück. Ich wusste nicht, dass man da ins Haus gehen kann. Danke. Ja, das habe ich nicht gewusst. Jetzt weiß ich, wie die zuerst hinter uns gekommen sind. Da sieht man überhaupt nichts. Aber die Mission ist ja schon ein bisschen heftiger, gell? Ja. Wir sind schon schwer verletzt. Oh! 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 Das ist alles okay! Oh! Hehehehe. Aber dafür sind ufe Sachen liegen gelassen. Danke für Ihre Hilfe. wir übernehmen jetzt so jetzt daher schauen wir mal das war gut gemacht jetzt mit dem schneesturm immer wieder zeitweise heiliger scheiß wo ich glaube jetzt ist die stärke mit brand ich könnte mal ausprobieren mit gas wie es dann ist die man überhaupt nicht sieht ehrlich Oh scheiße, wenn du einmal raus hast. Einen habe ich. Jetzt sehe ich ihm nichts. Ich rücke mal vor. Ah, der versteckt sich da oben, der Haber. Zeit fürs Ausreichen. Oh. So lange. Den Park sichern und der Officer ist irgendwo. Irgendwo draußen. Das Polizeigränder sichern. Was das mit diffamisten Personen zu tun hat. Aber gut. Da müssen wir ein Snapper. Kontakt von uns, Freunde. Snapper ist da. Hab ihn. Da kommen noch welche. Okay, doch nicht mehr. Zugang zu Pulsauer finden unten. Vorsicht weg. Stromwelle finden. So mehr Abwechslung, die Mission einmal. Oh, schon wieder. Ja. Haben. So. Na dann, da wollen wir die Leaf Garage betreten. Ich schicke mal. Mein Haberer vor. Oh. Gesteppert. Das hat mich jetzt verschwächt. Was denn? Das rein. Rein und gleich alles geflasht. Granaten und Schüsse. Ich hab gleich mal einen Freund in Anschlag gehabt. Ich hab gleich mal einen Freund in Anschlag gehabt. Vielleicht hab ich ja auch gekramt. So, den hab ich gleich. Daher? Ich hab gleich mal einen Freund. Genau. Ich hab richtig. Das ist so korrekt. Ich hab die Da kann man was auffüllen. Wortwörtlich. Gut, der muss unten sein, von oben. Der ist auch tot. Oh Scheiße, der hängt ab. Hast du gefunden? Nein, ich bin bei den Gefängniszellen. Gefängnis denn? Zivilisten sind sicher. Verdammt, wir haben es geschafft. Sie werden noch zum Helden der ganzen Gegend. Gut, ich habe da irgendeinen Einsatz schon gestrifft. Ich glaube den Plan da? Den Plan wahrscheinlich. Ja genau, das wäre ja der nächste gewesen. Jetzt muss ich da irgendwie raus wieder. Irgendwie runter. Oh ja, wo geht es da runter? Kannst du oben auch. Oh ja, da geht es runter. Da geht es dann nicht mehr raus durch die Tiefgarage. Oh ja, der auffällt. Ich finde der auffällt nicht. Oh shit. Ah da, da, da. Ich komme, ich komme. Aber oben wäre auch raus gewesen, weil sie genau dort gewesen. Echt? Den habe ich nicht gefunden. Den habe ich überhaupt nicht gefunden. Boah, das war mal. Bitte geh die Party ab. Ey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Jetzt geht es wieder. Signal.. Auch ich. Feuer, im Büro. Warnung. Feind kle傾te näher an sich. Es geht so. Komm wann raus? Ja, wir kommen raus. Was auf Granate, Granate, zieh dich zurück! Oder geh nach vorn. Ich hab jetzt das schnellste, was ihr mit dem... Ja, bis zum schnellsten rauskommst. Genau, mit dem X hab ich das jetzt. Mit dem Positionsdeckungsweck. Das Wort hab ich gesucht. Das hat es bei Future Soldier auch schon gegeben. Ja, die Mechanik ist ja noch die neue Entdeckungsweck. Bitte? Gearsophore. Ja, aber da war es ein bisschen globig bei Gearsophore. Eigentlich gar nicht schon. Da bin ich gespannt, wenn ein neuer Teil rauskommt. Oh, Sniper hinten. Hab ich nicht im Sichtfeld? Zwei Sniper. Linken hab ich im Sichtfeld. Wenn er sich jetzt aufsetzt, geht's bam 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 bam. Beim rechten probier ich mich ran zu bischen. Sehr schön. Stürmen wir den rechten. Aller links an rechts. Sehr schön. Sehr schön. 21. Gut, dann gleich rüber. Gleich den grünen Kampf. Dann haben wir's. Im anderen Distrik, dann haben wir das Land aufgeräumt. Also das Land. Das Gebiet. Ja. Das Land haben wir noch lange nicht aufgeräumt, weil da fehlt noch der zweite Teil. Und vielleicht dann der dritte. Ja, ich hoffe sehr stark auch einmal auf ein zweites White Lens. Bist du teppert. Das dauert sicher noch. Ja. Falls sowas überhaupt gibt. So. Das was ich gesprochen hab wegen einem Season Pass. Da ist schon dabei gestanden. Year One Season Pass. Das heißt da rechnen sie auch mit mehreren Jahren. Ja, hab ich gesagt. Haben wir eh geredet letztens. Ah, haben wir? Okay. Na gut, dann können wir mal zum Einsatz gehen. Weiter. Wo ist denn der jetzt? Oben? Wow. Hör ich nicht schon was da? Also dass sich nicht mit der Patrouille aufkalken. Oh ja, aber die war ja schon weg. Da bin ich. Nee. War noch wer da. Echt? Das hab ich nicht gesehen. Durch, durch die Autofabrik da? Ja. Okay, wo bin ich da jetzt? Ah, da geht eine Leiter rauf. Oha. Ah, da ist auch eine Leiter. Bis ich dort bin, bist du schon fertig. Ja, das hab ich jetzt gut zusammenkommt da. Sehr taktisch war das jetzt gut. Oh, da kommt noch welche. Aufschneider. Mein Geschütze ist auch nicht. Mein Geschütze ist die Reichweite halt nicht so lang. Das ist ja als Ärgerliche. Sniper hinten Sniper oben Sniper kommt Sniper war da Schlüssel Sniper oben Sniper oben Sniper oben Sniper oben Sniper oben Sniper oben Du holst den Schlüssel Ich mach auf Klasse Arbeit Division Gut dass wir Leute wie Sie haben So Würde sagen Das war's Mit der Folge Schaltet wieder ein Bis dann Ciao Ciao Ciao